...der anderen Welt. Arielle hat nix mit Waschewelz zu tun, wo es damit klar ist, sondern steht für Transen, die gerne einen Teil der anderen Welt werden. Und ich hab's wie folgt umgetextet. Schau dich nur um, ist das nicht schön? Hast du denn sowas schon einmal gesehen? Glaubst nicht auch, ich als Trans hab schon viel erreicht? Schätz und Zeug zeige ich dir. Nichts übersteigt mein geheimes Revier. Siehst du dich um, denkst du wohl. Klar, sie hat alles schon. Ich hab zahllosen Kram und vier Plunder. Ich erstick im Klim, bin sie nur hier. Willst du staunen? Hier, kleine Wunder. Doch für mich reicht das nicht. Ich will mehr. Ich will dahin, wo ich Mensch sein kann. Ich möchte zusehen, wie sie dort tanzen. Möchte mich zeigen und wie nennt ihr das? Ah, geh. Nee, Frau Flossen. Stöckel, die tragen nicht allzu weit. Man braucht Raumbeine zum Springen, tanzen, um zu spazieren und zu. Wie nennt ihr das? Stöckel, die tragen nicht allzuweilen. Stehen, dort ist man froh, sieht grünes Land, oben im Licht der Sonne am Strand. Wäre ich frei, wäre ich frei, endlich dabei, in ihrer Welt. Mit Herz und See zieht's mich dorthin, ich will's probieren. In einer Welt, wo warme Winde um mich wehen. Dort, wo sie gehen und auch verstehen und über Töchter nicht bestimmen. Starke Frauen, die sich trauen und zu sich stehen. Will lernen und lesen, was Heteros tun. Stell meine Frage und krieg ne Antwort. Was sind Spießer und wie kommt man gegen sie an? Wann bin ich dran? Ich will daran. Fängt dann mein Leben erst richtig an. Wüsst ich nur wie, wäre ich wie sie in ihrer Welt.